Und dann ist noch etwas, was hilft, dass natürlich die Initianten von diesen zwei Initiativen nicht einig sind. Das ist wie beim Schwingen. Wenn du nachher einen Gang hast mit einem starken Schwingen und dieser voraus, hat der ganze Hirte gegnert und jemand über die ganze Zeit gab, laget der Hand wie ein Saucher, das beide ist auf den Stempel-Sendungsschluss, den Schwingen zu gewinnen. Und da ist es eben gleich, oder? Da sagen ja die von dieser Initiative zum Verband der synthetischen Pflanzenschutzmittel- und die Trinkwasserinitiativen, die sind schon so geschissen und die verauktionieren nicht und die haben gar keine Wirkung. Und das hilft ein wenig. Dann kannst du erst warten, wenn die einander vermüdet haben. Und dann kannst du ihnen auch ein wenig eingreifen. Das ist sicher auch etwas, das uns ein wenig hilft.